Musik Ich habe das Ganze mit flüssigem Stickstoff runtergekürt. Das ist ungefähr auf minus 200 Grad. Die Schutzbrille, sehr gut. Jetzt geben wir einfach einmal einen Schupf, damit ihr ein Looping arbeitet. Ich mache mir schon eine Schwierflüssigkeit. Im Arm wird her. Eine, die ist beschichtet. Aber, die ist nicht beschichtet. Jetzt kannst du den Führer drüber fahren. Einmal. Welche ist rutschiger? Wieder. Zack. Jetzt können wir es größer duschen. Das wird nachher für die Medizin gebraucht, damit Stoffe besser in den Körper reingehen können. Musik Beim 4D-Druck ist die vierte Dimension die Zeit. Das heißt, im Gegensatz zu 3D-gedruckten Strukturen, die statisch sind über die Zeit, verändern sich 4D-gedruckte Strukturen über die Zeit. Musik Musik Kannst du rein? Kannst du rein? Musik Musik Knusprig und kalt. Weil es tiefgekühlt wurde, in flüssigem Stickstoff. Ja, macht mega Spass. Auf dem Bag habe ich den Finger abgedrückt und auf dem Tisch mache ich das Camellio. Es hat mir sehr gefallen und Maria auch. Ja! Musik 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 Vielen Dank.